Das Schöne an der Wilhelmsbad der Sommernacht ist das Flair. Der Park, die schöne Musik, die vielen Menschen draußen, Sommer, schön. Wir wollen ein bisschen Spaß haben. Und wir erwarten auch Freunde, die kommen. Und wir wollen etwas zusammen trinken und gute Musik hören. Und was für die Schönheit kann? Die Musiker schon, die Personen auf dem... Sieht alles super aus, muss ich sagen. Ja, viele Personen. Und das Wetter auch ist nicht so eis wie heute Nachmittag, deswegen. Ich bin hier, weil unsere tolle Arbeitskollegin Anja hier heute Abend auf der Bühne steht und singt. Ich finde es toll, dass wir alle Spaß haben auf der Wiese sitzen und einfach einen guten Abend haben. Ich finde es toll, dass wir heute Abend auf der Wilhelmsbad der Sommernacht haben. Ja, hier auf der Wilhelmsbad der Sommernacht, das hat schon Tradition. Wir kommen aus Ernessee, fühlen uns aber auch als Hanauer. Und wir genießen es sehr, diese Kombination Natur und klassische Musik. Die aber auch ganz anderes Repertoire bietet für einen so schönen Sommerabend. Ja. 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 Vielen Dank.